Ein Mercedes-Benz B180 ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 12.000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth, und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 122 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,8 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF, 2020